Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 und wollen jetzt die Mission beenden, ein Ende der Ernte. Ach ne, gar nicht, scheiße, wir müssen ja vorher noch die Eldari platt machen. Oder können wir die Mission machen und danach die Eldari? Weil bisher habe ich ja immer erst platt gemacht und dann die Mission gemacht. Wollen wir es mal andersrum machen? Weil, nicht, dass wir dann, wir machen es mal andersrum, wenn ich laden war. Das ist jetzt Test, nicht, dass wir automatisch erst die Mission machen, unsere Schiffe sind komplett im Arsch und dann müssen wir die trotzdem bekämpfen. Machen wir trotzdem erstmal die Mission. Ein Ende der Ernte. Plünderer, Commander, ich spreche es nicht aus. Irusit? Irgendwie sowas wird es schon sein. Es muss auf jeden Fall sterben, egal wie er heißt. Aber der Helm sah gut aus. Ja. Orkschiffe sind im Fernkampf schwach. Je näher sie kommen, desto besser werden sie. Okay, auf Distanz halten, sage ich ja. Ja, ladidadidadi, warum lädt es jetzt so lange? Und auch in der Fall. Und auch in der Fall. Äh, was sollen wir machen? Zerstören Sie jedes Schiff der Drukari-Streitkräfte oder verjagen Sie sie. Das Flaggschiff von Spire muss überleben. Beschützen Sie Transportschiffe. Erhalten Sie die Ressourcen jedes Transporters. Okay, der ist vom Schlachtfeldschaft. Also das heißt, jeder Transporter ist Wahres für Rares. Also es bringt uns Money. Money, 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 Money. Money. Ich kann nicht sehen, Entschuldigung. Warum versuche ich es erst? Ja, jetzt haben wir natürlich die dickste, größte Schiffe hier. Die rasend schnell sind. Alter Schwede. Ich kann die Waffe nicht einsetzen. Scheiße. Scheiße. Ich habe ihn zu kurz gesetzt. Freund bei Waffung, ihr dürft alle schießen. Schade, war ein bisschen zu früh. Feuer frei auf das nächste. Feuer frei auf das nächste. Du darfst seitlich schießen. Ja, dann besser nicht. Hast du Torpedos? Stasis Brombe. Du hast Torpedos. Feuer frei. So, weiter. Space Marine kämpft. Nachlagen. Scheißenbräck. Scheißenbräck. Brennt er hin? Torpedos scharf machen. Feuer. Strahlungswellen. Oh, ich muss mal Pause machen. Ich muss erst mal einen Schluck Kaffee nehmen. Und ich muss mal den Text lesen. Strahlungswellen beeinträchtigen die Erfassungsgeräte auf dem gesamten Schlachtfeld. Strahlungswellen können vorhergesagt werden. Und es erscheint 60 Sekunden bevor diese stattfinden, ein Signal. Solange die Strahlungswelle aktiv ist, bleiben alle Schiffe getarnt. Bis sie in der Reichweite, es ist keine Reichweite, dann die Schiffe sind. Okay. Zwei sind fast draußen. Es wird ein bisschen knapp mit allen Schiffen. Eins. Wir müssen unser Feuer bündeln. Feuer. Oder auf den da. Jetzt Feuer. Feuer. Da brennt die Sau. Auf den nächsten Feuer. Ähm, Abfangjäger. Dann schießen wir auf den da, mit der Abhaut. Schießt ihr nochmal, oder was? Feuer. Feuer. Oh, der muss kämpfen. Oh, von der Seite kriegen wir jetzt was. Ah, Torpedos sind halt zu spät. Fuck. Liegt mal ab, mein Freund. Ah, der war gut. Feuer. Der andere, der muss auch mal näher kommen, ihr verdammt. Nein, hab ich schon gesagt, ich liebe diese Nova-Kanone. Ich liebe sie wirklich. So, sein Schild ist wieder da. Komplette Eins. Feuer. Er kann da so hin teleportieren. Ihr dürft seid nicht in den Schuss machen. Ihr seid nahe genug dran. Ich glaube, das war's. Okay, eins. Frontbewaffnung wieder. Entgegenkommen. Und... Feuer. Also trotzdem mal Torpedos hinzuschicken. Du machst mal Kampf. Und? Kriegen wir noch was? Ja, der war gut. Der andere passt nicht. Egal. Ihr dürft jetzt seitlich feuern. Kriegen wir Truppen dran? Nein. Äh, ihr beiden, papp einmal. Ihr dürft hier weiterfahren. Feuer. Ah, das gibt es einfach nicht, ne? Müsst du aber das letzte Schiff sein, du. Das muss laufen. Geh weg mit deinen Strahlungswust. Ah, doch nicht. Scheiße. Scheiße, verklickt. Jetzt kommt doch mal da aus ein Knick, meine Freunde. Feuer frei und Gas. Wow, ah, der kann nicht. Das gibt's nicht. Nein, ihr dürft Frontbewaffnung machen. Na, hält er noch? Feuer. Ich werde mal abfangen, Jäger. Da, Mann. Kämpft dagegen an? Kann er nicht. Ja, scheiße. Ah, schade daneben. Na, kriegen wir noch die Leute rüber? Los, Besspie rüber schicken. Versenken? Ach du Scheiße, nein. Au, ab jetzt deine Order. Da haben sie echt die ganze Besatzung weggeschossen, äh, weggekillt, ne? Das ist ja der Hammer. Wir kriegen's auch nicht weg. Alter Schwede. Alter Schwede. Da haben sie echt Spire? Das war auch das Schiff vom Spire, Alter. Alter Schwede. Da hätten wir fast unseren Anführer verloren. Dann hätten wir die Mission nicht gepackt und dann hätten wir, ja, keine Ahnung, was dann passiert. Boah, ja, Karluna. Er hat mal ein paar Punkte gekriegt. Ja, die waren, glaube ich, nicht anwesend. Das ist ja, Herr Quintal. Der Schiff ist, Herr Quintal. Das ist, Herr Quintal. Das ist, Herr Quintal. Wir haben, Herr Quintal. Ja, ein Ende der Ernte. Wir haben es geschafft. Wir brauchen aber mehr Ruhm. Tja, Strahlungsspaß. Plasmastürme-Spaß. Äh, was ist mit einer Maus? Uhu. Von der Gäuvener von Lorentix von Bellis Corona. Es scheint, als wir die Schrauben der Dracari-Slaver, der Spöler hat sich die Vorteil. Herr Herr Herr, Strahlungsspaß! Ich weiß, was das könnte sein. Kann das warten, mein Herr? Wir gehen, um zu verabschiedern Lorentix. Ah. Ja. Sehr gut, Herr 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 Herr. Auf geht's! Darkhammer, weg! Manche Tage, ich vermute den Inquisitor Horst. Ich fragiere, was er sich von ihm geworden ist. Stimmt, den gab's ja auch noch. Inquisitor Horst. So, ich muss mal kurz die Maus laden. Die, ich hab nämlich ne Funkenhaus und ähm, ja. Die brauchen wir ein bisschen Stromanski. So, schließen. Ähm. Ja, ne Chaos-Hochburg quasi. Von dort kommen wir rein. Ja. Da schließt sich der Kreis. Da müssen wir erst recht hier diesen Punkt einnehmen von der Agrippina Sektor. Dann können wir dieses ganze System befreien. Vom Chaos. Ach, wir kommen von dort aus gleich hier rein. Das ist natürlich scheiße. Müssen wir echt einen Umweg machen. Gut. Da haben wir ein bisschen Zeit für. Dass wir vielleicht Agrippina unter unsere Kontrolle kriegen. So, jetzt hab ich die größte Frage. Für mich. Soll ich die gleich noch angreifen? Hm. Ich würd mal sagen, wir versuchen es einfach. Wir können ja unsere Leute zurückschicken. Wir müssten am besten mit ihnen anfangen. Und, ähm, den Imperial Fists. Weil, ja, Spire, ne, hat's ganz schön zerlegt. Ja. Guck mal, der schwarze Herzog da unten. Da freut sich schon. Oder was auch immer der Name heißen soll. Schwarzer Herr. Ja, Katze. Ich hab dich auch lieb, Katze. Oh, das ist kaputt. Das ist Bayers Schiff. Den müssen wir gleich zurückschicken. Ich will nicht riskieren, dass der drauf geht. Oh, Alter. Oh, Alter. Warum kommt... Warum kommt Spires Flotte gleich? Warum geht die Lebensenergiebalken erstmal wieder runter? Den will ich nicht. Kann ich den Nagir, äh, äh, backhauen? Ich will den nicht. Pack den weg. Nein, Katze. Pack den weg. Den will ich nicht. Der soll nach Hause. So, ich hab grad ne Nachricht reingekriegt. Aha, aha. Ja. Das klingt nach nem Plan. Frau geht einkaufen. Gefällt mir. Danke, Mathilde. Der hat aber auch nur noch einen Mann. Die haben ja kaum Besatzung, die Schiffe. Fuck, ey. Ja, warte, wir machen mal... Fangen mal an. Und den kann ich nicht zurückziehen. Kein Notsprung. Kack die Wand an. Kack die Wand an. Gut, dann müsst ihr die Speerspitze sein. Ach, ich muss hier noch Punkte einnehmen. Heading acknowledged. Das freut mich ja. Das wird ne Mission, die quasi... Ja gut, die können ja quasi... Oh, oh. Nochmal Energie. Nochmal Energie. Und... Nochmal. Nova-Kanone lass ich nochmal hier stehen. We wait your command. Energie. Volle Fahrt voraus. Können wir die... Ne, den Plasmapau können wir nicht übereinpacken. Dann kann der nochmal einen Punkt nehmen. Der muss ja eh noch 100 Sekunden warten, bis wir den quasi... Oh, du gehst übers Ziel hinaus. Stopp. Ach, Horst. Ah, der hat nämlich auch zwei. Den möchte ich am liebsten auch austauschen. Aber zwei ist ein bisschen mehr als ein. Und die haben schon einen Punkt. Das ist ja der Hammer. Oh, was brauchst du denn so lange, um mich zu drehen, du? Pappenheimer. So, der soll immer den Punkt einnehmen. Dann darf er nach Hause. Ah, die nehmen erstmal schön dick den zweiten Punkt ein. Mit der Flotte werde ich dann, äh, hier in die Mitte fahren. Das Problem ist... Wir haben ja die Hälfte der Einheiten quasi. Ja, was anderes haben wir ja nicht. Hier kommt mal hier ein Nebel in meinem Freund. Ich will die Nova-Kanone noch im Background haben. Ja... Ich weiß nicht, ob ihr die Katze hört. Wenn ja, tut's mir leid. Der Katze kann man schlecht sagen, hier, ich mach jetzt Play und sei mal leise. Die hat ja leider ihren eigenen Willen. Ne? Miss, ich brauche jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit. So, sind wir jetzt auch manchmal... Wir müssen der Punkt da. Sind wir jetzt auch endlich mal da. Ist ja der Hammer. Und jetzt ist er... Permanent beschädigt. Mal Reparatur. Ich hoffe, wir kriegen den repariert, den Notsprung. Wie sieht's bei dir aus? Du könntest. Und bei euch? Ihr könnt auch. Und dann... Oh, ihr dürft freischießen. Da gibt's nämlich schon einen Punkt, der quasi... Wer was einnehmen will, das wollen wir natürlich nicht. Wir machen mal Abfangjäger. Ganz wichtig, dreh dich mal bitte. Schnucki. Oh. Ich zieh ihn schon weiter. Oh. Ich zieh ihn schon weiter. Oh, scheiße. Er kann nicht. Hau ab. Hau ab. Feuer. Gut, da haben wir schon mal einen weg. Du musst leider... Oh. Naka... Schuss. Nein Katze, ich hab jetzt grad keine Zeit. Und auch zu... Seitlichem Geschuss. Feuer. Feuer. War Kanone muss nachladen. Dann auf den nächsten. Du gibst dich auf Katze, ne? Finde ich verwundernswert. Oh. Dreh dich mal bitte. Scheiße. Nova, du kannst gehen. Das wird nix. Wir verlieren. Oh, oh, oh. Oh, oh. Anger 맞아. Cool. Schade, wir haben trotzdem den Punkt da unten verloren, ey. Fuck you, ey. Könnt ihr den jetzt mal kaputt schießen? Verdammt. Einfach mal töten. So. Wo sind jetzt meine neuen Einheiten, bitte? Mal kurz Pause machen. So, ihr seid doch alle neu. Sofort zu diesem Punkt. Ne, warte mal. Oh ja. Ja, wo kommt die denn her? Verstehe ich nicht. Egal. Ihr seid es auf jeden Fall nicht. Wollt ihr diesen Punkt da wegballern? Waffe vernichtet. Jawohl. Das finde ich toll. Schick den. Kann ich nicht rausschicken. Du musst weg, mein Freund. Hör auf den Mangle. Du gehst da hin. Du darfst nicht mehr auf alles schießen. Und da haben wir jetzt endlich mal eine Einheit. Perfekt. Perfekt. Ich ramm den jetzt von hinten, alter Schmähler. Ich ramm den jetzt von hinten, alter Schmähler. Ein Stück, noch 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 ein Stück. Knall den noch ab da. Das gibt's einfach nicht. Haben wir ja. Reparieren mal, bitte. Schip ready. Scheiße. Scheiße mit der Scheiße hier. Die gewinnen. Die gewinnen. Die machen uns fertig. Wo sind meine Verstärkungen, verdammte Axt? Ey. Alles nur, weil ich den nicht sehe. Oh, das kannst du den Punkt erst mal einnehmen. Ich weiß nicht, wo du bist. Komm da hin. Oh, der greift den an. Fick dich, ey. Hier, fahr einfach geradewegs nach Hause. Nee, fahr da hin. Und zwar scheiße schnell. Und du? Alt. In den Punkte ein. So. Hier, da fliegt doch was. Flieg da mal hin. Dann haben wir da jemanden, der da einnehmen kann. Du. Feuer frei. Dann haben wir auch den Punkt. Oh, Mann. Der muss sterben. Du musst weg, mein Freund. Kann ich rückziehen? Warum auch immer. Er haut ab. So eine Sacknaht. Hey, wait your command. Ah, noch ein Stück rüber. Changing course. Nee. Mach mal einfach trotzdem. Komm hierher. Engines engaged. Ship ready. The enemy has accumulated 75% of strategic points. Engaging target. Hm. Lending strike successful. Und halt. Kein Leider. Alter Schwede. Jetzt habe ich hier keine großen Schiffe mehr. Ich will meine Schiffe nicht versenken. Scheiße. Ich muss die Punkte einnehmen. Ich muss diese Schiffe loswerden. Das gibt es doch nicht. Die machen uns hier fertig. Der braucht zu lange. Und das ist scheiße. Er ist da. Wo ist der? Oh, das ist Energie. Oh, jetzt müssen wir schnell den Punkt, äh, äh, Raumschifter holen. Ich will aber diese Schifter nicht verlieren. Ja, ich weiß. Close to fuck you, ey. Ja, komm. Geh mir nicht auf die 12. Echt, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Seitliches Feuer. Warum kann ich das nicht machen? Infektiv, Aperol. Boah, Alter. Los, Frontfeuer auf den da. Warum kannst du ihn wieder nicht sehen? Weiter, weiter. Der kommt Weihnachten vielleicht mal an. Mann, oh Mann. Das kriegen wir nicht mehr hin. Wie ein Bomba-Geschwader da ran. Hold course. At your command. Die kleinen Schlawiner, echt. Ich sage jetzt mal Halt, aber es hilft jetzt auch nicht mehr. Wir müssen den Platz kriegen. Wir müssen den Platz kriegen. Komm. Ah, fuck. Ganz knapp. Fuck. Ah, haben wir jetzt unsere Flotte verloren? Ah, fuck. Nee, ich hoffe nicht. Das wäre jetzt, äh, Todesstoß der Kampagne. Ja. Nee, oh Gott sei Dank. Äh, Alter Schwede. Wir haben uns ganz schön den Arsch versohlt. Muss man den lassen. Die kommen in zwei Runden. Alter Schwede. Das ist die erste richtige Niederlage, ne? Aber wir haben ja noch unsere Flotten. Jetzt wird... Und eine... Lass mich doch mal wieder was machen hier. Ich muss diesen Akrippina-Sektor hinkriegen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber... Er ist bekannt für diejenigen, die studieren, wie so etwas machen. Aber ist er vertraut? Wir werden nur das herausfinden, durch die Anfassungen. Mhm. Aufklärung. Erreichen Sie mit der Fraktion Spire das Resnor-System. Aha. Ist das. Das ist dann hier, ja. Mhm. Das kann man ja mal machen. Das ist schnell und einfach gemacht. Aber ich würde erstmal lieber wirklich Akrepina und Bellis Corona gerne erstmal haben. Aber das kann man ja einfach mal so drei Flotten rüber, zack, diesen Punkt einnehmen. Dann haben wir das ja quasi gemacht, den Aufklärungsjob und dann müsste das wieder runterfallen. Aber wir haben jetzt erstmal so einen auf die, hm, Kaffeesatz, lecker. Ja. Auf die Rumpsmarmel bekommen. Dass wir erstmal unsere Wunden, äh, lecken müssen. Die kommen schon in einer Runde. Das heißt, den schicke ich da mal rüber. Ne, weißt du was? Das gönne ich dir nicht. Das gönne ich dir nicht. Scheiße, muss ich aber. Also Spire muss ich erstmal erholen. Ja, von Lysander kostet 126 Talerchen. Das ist mir zu teuer. Ähm, das schaffen wir nicht. Das sind 680. 680 zu... Scheiße. Ne, Spire muss rüber. Tut mir leid, Spire. Ähm, 28 Reparatur und 11 Leute. Vielleicht wird das noch ein bisschen besser. So. Ich möchte trotzdem den Eldari, diesen absoluten Sieg, nicht gönnen. Ähm, wir machen die nochmal platt hier. Ähm, hier nochmal Autoschlacht. Und das gönne ich dir nicht. Also die müssen da eindeutig vernichtet werden. So, dann haben wir nämlich einmal das Chaos direkt hier in der Ecke. Das müssen wir mal mit drei Flotten platt machen. Aber erst, wenn wir jetzt hier den Gegenangriff überlebt haben. Waffenplattform haben wir da. So, da haben wir auch eine Waffenplattform. Und hier gönne ich uns jetzt auch mal eine. Zivilisierte Welt bringt die Steuern. Agrarwelt. Naja. Achso. Senkt die Kosten für Evolutionsschritte. Oh. Na gut. Das haben wir hier soweit. Ich glaube, die anderen Sektoren werden nicht befallen. Oder da wird nicht eingefallen. Genau. Und hier hatten wir sie ja verteidigt. Quasi. Hm. Wir könnten jetzt, wenn wir die drei Flotten wieder heile hätten, die beiden Flotten hier aufrüsten. Dann können die auch nochmal so separat auf die Scheiße hauen. Aber das wird heute nix mehr. Ja. Ja. Nächstes Mal greift das Chaos uns an. Und dann nehmen wir uns Dentor. Wenn wir die erfolgreich weggeschlagen haben. Dentor und dann das. Und dann killen wir die Necrons. Ah. Da haben sie eine Verbindung zu Renznor. Ach, da ist die Verbindung. Ah. Okay. Aber wenn wir die Chaos-Leute weg haben hier, dann... Ja, ich glaube... Necrons sind jetzt auch nicht schwach. Aber das sollte alles kein Problem werden. Gut. Es tut mir leid, dass wir verloren haben. Ähm. Aber die Schiffe waren ja nicht restlos kaputt. Gott sei Dank. Ähm. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem unterhalten. Und es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, lasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.